Boah, ist das kalt hier, Mensch. Ja, überall ist das weiße Zeug. Wie heißt das nochmal? Das gibt's bei uns in Deutschland, Mensch. Schnee heißt das. Das hatten wir früher auch. Echt? Schnee? Voll 90er. Ja, ist es. Aber hier ist das scheinbar immer noch en vogue. Boah, ist das kalt. Weißt du, was lustig ist? Immer wenn du redest, hört der Wind auf zu pfeifen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wie kommt das? Perfekte Illusion. Apropos imperfekte Illusion. Wir spielen Kabarett. Mit Musik. Mit Musik, also Musik, Kabarett. Aber es ist nicht immer zusammen gleichzeitig. Also es ist auch getrennt, Musik und Kabarett. Aber zusammen an einem Abend, wir zwei, in Zürich, im Millers Studio. Und wir freuen uns, weil wir mal ins Warme reinkommen und vielleicht eine warme Suppe bekommen. Und wenn ihr auch kommt, freuen wir uns auch. Aber dann können wir uns von dem Geld, was ihr bezahlt, in der Schweizer Nachtsammesuppe bekommen. Genau, dann können wir uns die warme Suppe leisten, wenn ihr kommt. Und dann könnt ihr uns vielleicht nochmal erklären, wie das hier mit diesem weißen Zeug funktioniert. Hier nochmal, da, Vierter, Zwölfter, Millers. Wir heißen, das Geld liegt auf der Fensterbank. Marie, wir kommen aus Deutschland, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir gewöhnen uns schon aneinander. Also, bis dann. Tschüss.